Ich glaube, es wäre heute ganz bitter gewesen, wenn wir nicht noch den 1-Punkt geholt hätten. Es gibt manchmal Unentschieden, die vielleicht sogar wichtiger oder besser sind als Siege. Ich hoffe, das war so heute eins, wo wir, denke ich auch nach dem 3-1, wenn der Elfmeter reingeht, glaube ich einfach nicht, dass wir wiederkommen. So hat uns das schon immer noch einen Schwung gegeben. Eigentlich war es eine Frage der Zeit. Auf der anderen Seite, wenn da manche Liga nicht reingehen oder auf der Linie, oder der Torwart schießt nochmal richtig gut von uns und der andere Hälte, ist es nicht selbstverständlich, dass man da doch noch 2-3 macht. Die Jungs haben sich einfach belohnt für ihren Aufwand, für ihre Mühe, die sie gemacht haben. Ich denke, wir sind, was hat es eben richtig gesagt, nicht gut ins Spiel gekommen. Die Kickers hatte das Selbstverständnis eben und Selbstvertrauen von den letzten Sieben. Aber eigentlich mit dem Rückstand sind wir besser geworden. Ich denke, das waren bis zum 2-1 ein sehr offenes Spiel in den ersten Halbzeiten, da haben wir auch noch ein, zwei richtig gute Möglichkeiten gehabt. Und ja, machen immer dann einen Fehler zu viel hinten im Programm 3-1 auch. Ich glaube, dass wir besser verteidigen können. Auf der anderen Seite haben wir auch immer viel riskiert. Ja, aber nichtsdestotrotz. Die Mannschaft lebt, ich glaube, das war sehr wichtig. Und manchmal ist ein Grundentschieden, wie gesagt, mehr wert als ein Sieg. Und heute kann ich damit sehr gut leben. Dankeschön.